Wenn du so wie ich gerne indisch isst, dann weißt du, dass Butter Chicken einfach auf jede Speisekarte eines indischen Restaurants, das was auf sich hält, gehört. Und ich zeige dir heute, wie du es ganz einfach pflanzlich, also sprich ohne Chicken, sondern mit Tofu zubereiten kannst. Wir marinieren unseren Tofu mit Pflanzenöl und Salz. Außerdem haben wir Koriandersamen und Kreuzkümmel mit dabei. Die sorgen schon mal für eine schöne Basis. Garam Masala ist so ein indisches Standardgewürz. Paprika, Edelsüß, Chili-Pulver und Kurkuma sorgen dann für ein tolles Aroma und eine tolle Farbe. Das Ganze darf dann eine Zeit lang marinieren. Das funktioniert übrigens auch hervorragend mit Sojaschnetzeln, also probiere dich da gerne durch die Fleischalternativen durch. Derweil hacken wir unseren Ingwer, unseren Knoblauch und unsere Zwiebeln und geben das Ganze in einen Topf mit wiederum ein bisschen Pflanzenöl. Du könntest hier jetzt auch Ghee verwenden, wenn du das Rezept vegetarisch, aber nicht vegan zubereiten willst. Denn Ghee ist eigentlich so das klassische, also Butterschmalz, das klassische Öl, in dem in Indien angebraten wird. Dann wird einmal schnell der Tofu angebraten und in denselben Topf, ganz wichtig, denn wir brauchen die Kräuter und die Aromen, kommen dann Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch und allerhand Gewürze, die wir alle auch schon für die Marinade hatten vom Tofu, die ich jetzt nicht nochmal aufzählen werde, bevor wir dann unsere passierten Tomaten mit dazugeben und zum Schluss die Kokosmilch. Einmal unterrühren und kurz aufkochen lassen und wenn du möchtest, kannst du das Ganze jetzt noch pürieren. Das mache ich sehr gerne, dann kriegt die Soße einfach so eine super, super tolle, sämige Konsistenz und schmeckt sehr authentisch. Dann kommt unser gebratener Tofu dazu, ganz, ganz wichtig, mit reichlich Salz abschmecken. Und dann kommt ganz zum Schluss noch eine Flocke vegane Butter mit dazu. Die macht das indische Butter Chicken erstens zu dem, was es ist, denn ohne Butter kein Butter Chicken oder kein Butter Tofu in dem Fall. Und dann ist auch schon Zeit zu servieren. Schmeckt natürlich hervorragend mit frischgekochtem Basmati-Reis, aber auch mit selbstgebackenem Nan ist das einfach wahnsinnig, wahnsinnig lecker und definitiv eins meiner Lieblingsgerichte. Vielen Dank.